Man hätte den Roll- und Schlappdach durchaus in Schwimm- und Paddeltach umbenennen können, denn der Regen war an diesem Tag zeitweise so heftig, dass von Wandern und Radfahren kaum die Rede sein konnte. Das wirkte sich natürlich auch auf die Gäste aus, die lieber im Innern der Dahlberghalle saßen, als sie sich außen ungemütlich zu machen. Drinnen gab es leckeren Kuhn, guten Kaffee und herzhaft belegte Brötchen sowie Wurstsalat mit Pommes und vor allem es war Zocken. Dennoch waren einige Unentwägte auch bei diesem Wetter unterwegs, sichtbar an den Rädern, die vor der Halle abgestellt waren und sichtbar an Landrätin Theresia Riedmeier nach dem Motto, das bisschen Wasser kann mich nicht erschüttern. Auch unsere Landfrauen machten gute Minen zum feuchten Regen und ließen sich ihre gute Laune nicht verderben. Unser Kulturdenkmal, die Vendelinuskapelle, stand an diesem Tag nicht nur zur Besichtigung frei, sondern diente auch dem Gottesdienst für protestantische Gemeindemitglieder, denn ihre Kirche war noch nicht wieder zum Gottesdienst bereit. So mancher Besucher nutzte darum die Gelegenheit zu einer stillen Andacht in der alten Kapelle. Und wenn Sie neugierig sind, was in der Verbandsgemeinde noch los war, dann schauen Sie doch auf www.diesüdpfalz.de Soja, wunderschöne Soja, wie es auf die Kirche kommt. Soja, wie es hier ist, wenn ich an der Önlinge Flotten kickflasche. Soja, wie es hier ist, was Sie drei Uhr Wunderschönen im Ferien zu machen. Soja, wie es hier ist, dass sich die Verklinie ist. Soja, wie wir es hier im Ferien am Tag nicht socken können. Soja, wie es nicht so macht, ist es richtig, dass das ist. Wir haben das Reigen am Tag zu sehen, weil wir es hier auf die Hauptbahnhof Nachschönen CAR. Soja, wie es hier liegt, dass ich hier. Soja, wo wir uns hier in der Zeit ist.